Der gefällt mir sehr, sehr gut, der Salazar. Super Schnicker, viele Ballaktionen. Salazar im Turbo-Modus. Salazar, kann er sich durchsetzen im Mittelwelt? Ja, kommt am ersten vorbei, am zweiten auch. Guter Pass in die Tiefe, Salazar, Tor für drei. Sieben, 80. Minute, St. Pauli geht zum vierten Mal in Führung. Starker Antritt, gutes Spiel, Salazar. Feines Spielverständnis, feine Technik, Tempo aufgenommen im richtigen Moment. Das ist Burgstaller. Schöner kann man sich spielen. Salazar mit dem Tunnel. Giere macht den kreativen Salazar-Moment. Ja, geht eins gegen eins. Salazar. Salazar! Musik Musik Vor allem auch wegen Sanhasa. Was für ein Spieler und das Auge und die Chance. Aus. Und Salahasa mit Tempo. Und Salahasa mit dem Tor. 1 zu 1. 1 zu 1. Jetzt kommt aber erstmal Salahasa gegen ganz Nürnberg. Salahasa. Der Wahnsinn wie der aufgezogen ist. Der erste Shot. Und das erste Tor für den FC St. Pauli. Salahasa. Immer noch Salahasa. Flacke ist gut. Kommt mal Scharke. Das Tor. Und Salahasa verwandelt auf den St. Pauli. Nimmt einen Zähler mit. Das ist Salahasa. Tolle Technik. Das macht er richtig gut. Das macht er richtig gut. Und Salahasa. Bis zumal. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020